Ach, ist das hier eine schöne Aussicht. Die Sonne strahlt, die Grafik ist schön und ein herzliches Willkommen bei Sniperlite 3 wieder zurück von der Front. Und, ja, wir gucken, wo wir stehen geblieben waren. Lang, lang, lang ist her. Und irgendwo, die Wüste hatten wir ja hinter uns gehabt und jetzt sind wir ja bei den Katakomben, wenn ich jetzt denke. Ich weiß es nicht mehr. Da ist keiner mehr. Da haben wir bestimmt kleine Vorarbeit geleistet schon. Jetzt würde ich es da... Ah, da hinten. Da hinten ist einer. Den nehmen wir uns gleich mal vor. Oh, der guckt schon so komisch. Der kommt jetzt her. Mist. Ich will den jetzt erwischen. Komm her. Ah, Mann. Und das heißt flüchten. Mist. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Jetzt laufe ich wieder zurück. Wieso laufe ich zurück? Und deck... Mann, 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 Mann. Fängt das ja schon gut an. Ja. Befördert. Der nächste ist da hinten. Ich gerade gesehen habe. Brauche ich nicht immer Z drücken, um sie durchsuchen. Einfach hochheben. Dann habe ich sie durchsucht. Am besten habe ich letztens rausgefunden. Und das klappt immer wieder. Nehmen wir uns jetzt mal den anderen vor. Alleinhaben hat mir. Und jetzt, komm, 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 einmal eeeh, komm. Einmal durch das Gebüsch und mitten in die? Ah, mitten in die Fresse rein. Ein schöner Heady war das wieder mal. Glanksleistung, wie man sagt immer wieder. Piste habe ich jetzt. Gucken, wo die sind jetzt alle. Und wo müssen die hin? Tot. Erwischt. Haben wir wieder mal Spreng gehabt. Gucken wir mal hier hinten. Die laufen doch bestimmt. Ah, da oben ist Ena. Den nehme ich gleich mal mit. Der guckt mich schon so blöder in die Wäsche. Bist du irgendwo jetzt hier noch Ena umhüppeln? Ah, hier sind die Autos. Die Autos noch in die Luft, Young. Auch geschafft. Die Autos sind auch alle weg. Fast alle. Und fliegt die ohne in die Luft? Das finde ich jetzt scheiße. Hey, liebesse Mann, du sollst doch jetzt Kettenreaktion haben. Ach man, ey. Nicht unsere Wertarbeit. Ha. Ah, da hinten ist er. So, der ist auch weg. Na? Wachsam bleiben. Aufpassen, wo ihr hintretet. Oh Gott. Ich hab noch keine Minen ausgelegt. Noch nicht. was ich... Ich hab noch nicht. Mann, stopp doch jetzt einfach. Mensch, stopp doch jetzt einfach. Fehlschlag wieder mal, wieder mal. Hilfe. So, dann müssen wir mal gucken. Irgendwo war das doch mit einem Fernglas, wo man alles über einen Blick haben könnte. Muss ich mal gucken, wo das war. Warte mal, war das M? Ne, das war die Map. B war Fernglas, richtig. Einmal... Okay, hier nicht. Der ist da unten, der geht nach unten. Irgendwo müsste ich noch irgendwie rumhüppeln. Ist doch nicht nur der Einzigste. Hm. Du bist doch nicht der Einzige, der da rumhüppelt. Da sind doch bestimmt noch mehr. Hm. Hm. Ja. Äh, hier geht's nach unten. Hm. Ja. 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 Weg bist du. Aua. Jetzt kann er durch die Lunge rauchen. Da ist die Pistole, ja. So, weg ist der. Still und leise. Da hinten läuft auch noch jemand. Jetzt muss ich mal gucken, wo der andere ist, weil ich hab den im Visier gerade. Das Club and Sniper. Das Club and Sniper. Und wo ist Schut? Zwischendurch die Zäune. Und mitten durch den Kopf. Komm hoch mit deinem Kopf. Jetzt hab ich. Das Club and Sniper. Das Club and Sniper. Das Club and Sniper.